Ich glaube, ich mache erstmal eine Runde Feuer, ja? Ich will jetzt Feuer einmal machen. Guck mal jetzt, was ich mache. Ey, das war platzen. Schwör? Ja, ich schwör, Vater. Ja, geil. Komm, Hammer auf, das platzt gleich. Für jedes Tor gibt es einen Elektro-Schocker, okay? Boah, Flammenwerfer, Flammenwerfer, Jordan. Scheiße, Flammenwerfer, ja. Können wir nicht mal wie Menschen FIFA spielen, musst du mich immer dabei knallen, du weißt doch. Ach, wir müssen es nicht machen, mir ist das egal. Aber ich denke mir, FIFA ist anweilig, deswegen. Immer wenn wir um irgendwas spielen, kacke ich immer ab. Jedes verdammte Mal. Ey, wie heißt der Schiedsrichter? Ich muss das wissen, damit ich den beleidigen gleich kann. Schiedsrichter Aske Hemmingsen, der Lümmel. Wenn er mich heute aufregt, Asken! Komm, wie der hier denkt, dass er hier Fußballprofi ist, ja? Boah, Freunde, sensational. Sensationell. Waddi Soma! Ja, Waddi Soma! Ey, Tschüss, Rüster! Sssst! Boah, ich hab fast eine rote Karte kassiert. Ja! Fack da wieder, Gott, pass die Gähne! Abwärts in den Buhlo! Ey, sofort ein Elektroschocker! Gar nicht lange gefackelt, ne? In der Langseth-Arena, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren! Machen wir ja kurz ein Stoppchen, ey! So, hast du da gerade das Video... Ey, komm mal her jetzt, Kollege. Hast du da gerade das Video gesehen mit der Tarantel? Wo der gesagt hat, dass die Tarantel ist wie ein Elektroschocker? Kleine Presse, Junge! Mach die schon mal dran. Komm, ich will hier auch keine Zeit verlieren. Das Spiel soll nämlich sofort weitergehen. In der gibt's kurz, im richtigen Spiel gibt's ne Werbeunterbrechung. Hier gibt's einfach ne Elektroschocker-Unterbrechung. Ach so, alle vier! Wo sind wir denn hier? Alter, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, Alter, ja? Oh, hier ist die Pultschlagader. Die wird heute radikal hops genommen. Oh, ich spür das wieder, ne? Kann sein, gleich kann... Ich schwöre, ich spür das wieder. Ist doch noch gar nichts dran, was willst du denn spüren? Ja, ich spür das wieder, es wird wieder ekelhaft, es wird ekelhaft. Was ist denn die Challenge jetzt? Machen wir jetzt hier, äh... Nach jedem Tor. Ja, aber was denn? Bis jemand abbricht. Boah, was hast du für eingestellt, das tut richtig weh. Ey, ey! Du machst nur eine Seite! Ey! Ey! Chill, ey! Das ist die leichte Stufe, gleich gehen wir nochmal hin. Ey! Ah! Ey! Ey, ey, okay! Warte, 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 warte! Ah! Das war die falsche Stufe, Bruder! Ja, hab ich gemerkt! Chill doch mal! Die hat richtig gezuckt! Oh! 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 Fuck, fuck, alter! Fuck, man! Mach den Scheiß weg! Okay, jetzt, nein, jetzt gehen wir einmal auf die harte Stufe. Was ist eine harte Stufe? Einmal auf die... Bruder, das war klein, kurz, einmal wirklich... Alle drei Stufen, oder was? Nein, nur die harte, aber das war einmal, Bruder, du bist frisch. Du kannst davon sterben. Ja, ja, gleich werden wir bei Jordan sehen, ich schwör auf alles. Ey, ich hab noch ne Idee. Der Verlierer muss Haarspray machen und mit Feuerzeug anziehen. Ja, ja, Junge, ja. Ey! 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 Ah! Ey! Fuck, alter! Nein, mach mal weg! Mach mal weg, rein! Ey! Das ist der Minja! Nein! 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 Oh! Sick dem Ugo! Sick dem Ugo! Sick dem Ugo! Weckspieler, alter! Bruder, bitte. Wenn du nicht verlieren kannst, ne? Dann bleib zu Hause. So, jetzt gehen wir auf die harte Stufe. Ich bin gar nicht vorm Konzentrieren, nur eine Runde, mach diese Scheiß nicht wieder. Geh, eine Runde, aber dafür dann das Härteste, mein Bruder, ne? Wir sind ja hier nicht wirklich im Zirkus, brach. Mann, das ist aber auch gar nicht gesund, glaub ich, ja. Na klar, ist halt nicht gesund. Aber weißt du, wie mir das egal ist? Das ist so ein Dreckscheißspiel, alter, ja. Weißt du, wie mir das egal ist? Meine Pissspieler gehen gar nix machen, alter. Die stehen ja wie Statuen in einem Museum rum, alter. Komm, ich leg meine Hände hier drauf, ich werd gar nix machen, guck mal jetzt. Ey, chill, chill, chill. Chill, stopp, stopp! Ja, komm, 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 komm. Ey, der ist doch nicht mal dran gewesen. Lügner, nochmal, die Linken dran, nochmal. Du bist so ein Bixer, Alter, hat den Schnurz, Mann. Den rechten hast du. Oh, jetzt, komm mal, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Bruder, wir waren nur bei der Hälfte, chill mal. Wir müssen uns ja auch irgendwo steigern, ne? Pass. 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 Bitte halt deine Fresse jetzt kurz, ja. Okay. Und deswegen... Schieß doch, alter! Nee, nee. Nee, 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 nee. Nein! Ich kriege den ganzen Spieler jetzt um mich. Scheiße, gib mir rote Karte, gib doch! Warum immer da oben hin, Junge? Hast du Bier gesoffen oder was? Da kann er nix. Ist aber erstmal ruhig. Ach du Scheiße, bist du schlecht. Ach du heilige... Ich will einen Spieler auswählen, der wird ja nicht mal jemand aus hier. Muss man eh Abwehr spielen, ja? Geh mal, ich schieß! Warte. Ist abseits, ist abseits. Ruhe, 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 Ruhe! Klares Abseitsjahr. Was klares Abseitsjahr? Kennst du das Bermuda-Dreieck? Guck mal, was ich gerade mit dir mache. Ey, das ist Zeitspiel, hör mal auf damit, Mann. Was? 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 Embo, Baby, lieben dich. Du bist so jung und doch hast so einen großen... Ja-Rack! Ich hab so einen großen Ja-Rack! Oder bitte? Was? Bitte. Ich möchte jetzt hier auch keine Diskussion. Ach je... Der ist ja... Jetzt machen wir mal eine Stufe höher. Oha! Hey, chill! Chill! Bist du doof, ey! Ja, direkt auf Kakao! Mach mal weg, Mann! Dann mach ich halt noch ein Tor, wenn du so viel mehr gehst. Boah! Geht dann direkt auf die höchste Stufe! Ey! Wollt ihr nochmal den Sammy Lion sehen? Ich auch. Boah, da hast du Glück gehabt, ey! Boah, der bleibt einfach beim Ball stehen! Der bleibt einfach beim Ball stehen! Ich kann nicht bei Elfmeta schießen. Ich weiß! Sala! Sala! Ich brauche keinen kleinen... Mach dir dran! Nö! Mach doch selber! Ah, was ist das für eine Stufe, Bruder? Das ist die falsche Stufe! Was ist das für eine Stufe? Oh mein Gott! Sammy, mach mal Stopp! Hassan... Oh mein Gott! Ah, das kribbelt! Guck mal hier! Das ist nicht gut! Boah, meine Augen wurden schwach! Oh mein Gott! Noch ein Stück! Ah! Ah! Ey, du hast sofort... Ah, halt zum Maul, Alter! Ja! Oh mein Gott! Ja, leg dich nicht mit dem Genie an! Boah, das ist hart, wenn du es ein bisschen länger machen würdest, ja! Ja, ja! Boah, jetzt... Jetzt hab ich es mir immer... Du hast mir Energie gegeben! Puh! Ja, guck mal jetzt... So siehst du... So endest du gleich nach dem Schocker! Tschüss! Aluminium! Da trifft er das Aluminium! Nee, da hat der Typ nicht so viel gesoffen, Leute! Der ist um sein Leben gesprungen! Was machen die? Was machen die? Die wölfen sich beide auf den Boden, wie doof Menschen, Alter! Da ist er drin! Da ist er drin! Oh! Sammy, Sammy! Sammy! Es gibt keinen Sammy! Es gibt keinen Sammy! Bist du besoffen, Alter? Das war die höchste Stufe! Ja, mach aber doch mal! Hast du nicht gesehen? Mein Arm war so! Ja, mach nochmal! Oh mein Gott, Alter! Baby! Nochmal! Baby, Alter! Baby! Sammy, lass mich doch erst mal machen! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, Sammy! 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 Ja! Sammy! Sammy! Ah! Gut, sag doch Sammy, Mann! Das ist nicht gut! Ah! Come on! Ey! Hallo! Wie geht es dir? Ja, hallo! Oh mein Gott! Ich brauche wieder Energie in meinen Arm, Alter! Ich muss noch ein Tor schießen! Ich will noch einmal die allerherzeste... Oh, neunzeste Minute! Nein, wir machen nur noch ein Tor! Nicht noch ein Spiel, nur ein Tor, wer das nächste Tor schießt! Der kriegt auf Elektroschokker die herzische Stufe! Bist du ein Mann? Das nächste Tor entscheidet! Jetzt! Fing! Ja! 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 Piffa! Oh, Pati Giano! Oh, Pati Giano! Pati Giano! Da pass dir wie an! Oh, Bella Ciao! Bella Ciao! Bella Ciao! 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 Da Pati Giano! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ja! Jetzt machen wir die härteste Stufe als... ...schönen Abschluss! ...schönen Abschluss! Ey, chill ist das Tor noch an! Das ist Tor noch an! AAAAAAHHHHH! Binde! Hey, 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 hey! Hey, hey! Tschüss Rückson! Tschüss Rückson!